So, ist noch was, weil ich muss jetzt mal langsam weiterdrehen. Ich bin hier gerade quasi auf Sendung. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Zu einem neuen Video von mir, diesmal zum Lesemonat Januar. Ich kann es schon wieder nicht fassen, dass es einfach Februar ist. Ich weiß, dass ich jedes Lesemonatsvideo mit genau diesen Worten beginne. Es ist unfassbar, wie diese Zeit rast. Bevor ich dir zeige, welche Bücher ich im Januar gelesen habe, habe ich zwei Bitten an dich. Einmal würde ich gerne bald ein Q&A-Video drehen, weil ich danach schon echt oft gefragt wurde. Falls du also Fragen an mich hast, die dir sowas von unter den Fingern brennen, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Und zweitens bin ich natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Video-Inspirationen. Und weil ich ja etwas drehen möchte, was dich auch interessiert, würde ich mich freuen, wenn du irgendeinen Wunsch hast, wenn du auch das in die Kommentare packst. Ich habe ja schon einige Takes gemacht und bin irgendwie immer auf der Suche nach neuen Dingen. Und vielleicht hast du ja irgendeine Idee, auf die ich gar nicht erst komme. Deswegen, ja, wenn es irgendetwas gibt, wollte ich sagen, dann hau gerne raus. Ansonsten würde ich sagen, starten wir mit dem Lesemonat Januar 2018. Ich habe im Januar diese fünf Schätzchen gelesen, wobei ich eigentlich mal behaupten würde, es sind nur vier und ein Viertel, weil dieses eine Buch ist wirklich dünn und wirklich klein, aber dazu gleich mehr. Das erste Buch, was ich im Januar gelesen habe und was ich auch schon im Dezember angefangen habe, ist das zweite Gedächtnis von Ken Follett, wo es um einen Mann geht, der aufwacht als Obdachloser und überhaupt nicht weiß, wer er ist, was er macht. Relativ schnell aber rausfindet, dass er kein Obdachloser ist und dass er irgendwie in eine Geschichte verstrickt ist, die mit Raketen zu tun hat, mit sehr viel Wissen, mit dem Geheimdienst und so weiter. Man erfährt die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Es sind verschiedene Personen, schon eigentlich ihr Leben lang miteinander verflochten. Es spielt abwechselnd in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Es ist mega gut geschrieben. Es ist mein erstes Buch von Ken Follett gewesen und ich bin mega begeistert gewesen. Zuerst war ich ein bisschen skeptisch. Mir wurde das Buch von einem Freund von mir empfohlen und ich war zuerst okay, wenn es um so Raumfahrt und so geht. Weiß ich nicht, ob mich das so da interessiert. Das steht aber irgendwie nicht so im Mittelpunkt, obwohl es im Mittelpunkt steht. Verstehst du, was ich meine? Also obwohl es zentral um die Raumfahrt auch geht, ist es nicht so, dass du dir denkst, äh, jetzt reden ich hier die ganze Zeit über irgendwelche Raketen oder so. Mega gut geschrieben. Kann ich dir ans Herz legen, wenn du mal wieder Bock hast auf ein Buch, was irgendwie so ein bisschen actionmäßig ist. Fand ich echt gut. Im nächsten Buch habe ich lange überlegt, ob ich es überhaupt zeigen soll, weil ich glaube, dass drei Viertel der Menschen, die das jetzt sehen, erst mal, sie sind um Gottes Willen, wie kann sie nur? Aber man muss ja auch zu solchen Dingen stehen. Ich habe die Holige Bimbel gelesen. Das ist die Bibel auf Fondsprache. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich finde dieses alles mit Fond und Ibims und so, finde ich richtig, richtig witzig. Ich weiß, das ist irgendwie ein bisschen zurückgeblieben. Aber ich lache mich darüber richtig tot. Und, ähm, ja, mein lieber Oliver hat mir dann zwei Bücher geschenkt, die eben in dieser Fondsprache geschrieben sind. Unter anderem die Holige Bimbel. Wenn du gläubig bist, ich möchte mich auf gar keinen Fall darüber lustig machen. Das möchte ich an dieser Stelle mal klarstellen. Ähm, falls du die Fondsprache lustig findest, ohne Witz, das ist so gut, weil es nicht nur so ein dummer Humor ist, wo du einfach nur Stromkopf haben musst, um es lustig zu finden, sondern es geht auf so viele aktuelle Geschehnisse auch ein. Und es ist einfach witzig. Es sind wirklich einzelne Geschichten aus der Bibel in dieser Fondsprache erklärt, wo so die Message dieser Geschichten rüberkommt, aber halt auf lustig gedreht. Und ich fand's mega witzig. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt dafür schämen sollte. Ähm, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rege, lege ich es einfach weg. Dann habe ich zusammen mit Isa und Sarah, ähm, deren Profile bei YouTube bzw. bei Instagram ich mal unten verlinke, ist Kari der Sturm naht gelesen von Kristen Ciccarelli. Und dieses Buch wurde ja richtig gehypt und ich hatte es bei Ava in der Einbox mit drin. Kurz gesagt geht es um Asha, die Todbringerin, die eigentlich von allen so ein bisschen gefürchtet ist. Sie hat ein ziemlich schweres Feuer überlebt und alle denken, sie ist die Iskari, also die Todbringerin. Diese Geschichte hat mir vom Klappentext her überhaupt nicht verraten, worum es eigentlich geht. Wenn du null gespoilert werden willst, also wirklich nur diesen Klappentext kennen willst, dann hör jetzt lieber kurz weg. Ähm, ich werde natürlich nicht jetzt grundsätzlich sagen, was alles passiert, aber es geht viel um Drachen. Und das hätte ich gerne vorher gewusst bzw. warum will ich es eigentlich vorher wissen? Ich habe es ja dann erkannt, aber deswegen würde ich bei diesem Buch immer sagen, dass es mich ein bisschen an Drachenzähmen leicht gemacht erinnert hat. So, ähm, kurzum, Asha soll jemanden heiraten, den sie eigentlich wie die Pest hasst. Das ist von ihrem Vater aus so, ähm, ja, versprochen worden. Und ihr Vater ist ja Drachenkönig und sie will den eigentlich überhaupt nicht heiraten. Und der Sklave von ihm, wo es eigentlich verboten ist, ihm überhaupt in die Augen zu sehen und so weiter, der scheint so ihre Rettung zu sein bzw. ihr Verbündeter. Und in dieser Geschichte geht es auch viel um, um Sagen, um alte Geschichten. Es ist super schön aufgemacht. Also, erstens fängt jedes Kapitel hier mit so einem, hallo, Fokus hier, mit so einem super schönen halben Mandala irgendwie an. In diesen alten Geschichten, die immer wieder in die aktuelle Geschichte eingewoben werden, erfährt man, was eine Iskari eigentlich überhaupt ist, was eine Namsara ist, wieso bestimmte Hierarchiestrukturen so sind, wie sie eben jetzt sind, was es mit Asha's Familiengeschichte auf sich hat. Ungefähr die Hälfte des Buchs ist gar nicht mal so mega krass gewesen. Das hat mich jetzt nicht so gepackt, aber ab dem letzten Viertel war es echt so, dass ich mit Herzrasen auf meiner Couch saß und dieses Buch unbedingt an einem Stück zu Ende lesen musste. Ich habe mitgefiebert, ich habe richtig, wirklich Herzrasen gehabt. Ich habe irgendwann angefangen zu weinen, weil was ganz furchtbar Dreckiges passiert ist. Ich fand es echt toll. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wobei ich auch finde, es könnte auch einfach zu Ende sein. Ich weiß, das sehen die anderen nicht so, aber hat mir alles in allem echt dann doch gut gefallen, besser als ich es am Anfang gedacht hätte. Ich bin drei Monate lang stark geblieben und dann konnte ich nicht mehr widerstehen und habe mir von einem Gutschein, den ich bekommen habe, Lost Boy von Christina Henry gekauft, wo es um Peter Pan geht, beziehungsweise mal um eine andere Sicht auf die Geschichte von Peter Pan. Ich kann gar nicht so viel verraten, einfach weil ich mich selbst gespoilert habe und ich nicht möchte, dass dir das passiert. Es gibt nämlich noch einen alten Titel von diesem Buch, das ist auf Englisch. Und das hat mir zu viel verraten. Das sind Dinge gewesen, die wollte ich überhaupt noch nicht wissen. Es geht um Jamie, der auf diese Insel kommt, als erster Lost Boy von Peter Pan. Und auf dieser Insel bist du ja eigentlich mega glücklich, denkt man zumindest immer. Zusammen mit Peter holt er noch andere Jungs eben von der normalen Welt rüber auf die Insel. Die sind dann dort alle glücklich zusammen, spielen, machen Unsinn, ärgern die Piraten. Und zuerst bist du echt so, oh, voll cool irgendwie, voll schön, wie die alle miteinander umgehen. Und irgendwann merkst du, dass Peter Pan vielleicht eigentlich gar nicht so nett ist, wie er immer tut. Und eigentlich ein kleiner Psychopath. Und was ich sehr, sehr passend finde, ist der Aufdruck vorne, wo einfach steht, you'll never look at Peter Pan in the same way again. Und das stimmt einfach, denn ich habe das gelesen und ich war danach so richtig anti-Peter Pan, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, was bist du eigentlich für einer? Ich habe dann auch erstmal gleich den Disney-Film nochmal geguckt und mir dann eingebildet, dass diese Geschichte wirklich quasi vorher passiert ist. Also ich weiß, dass Peter Pan nicht echt passiert ist. Ich bin ja nicht blöd, aber weißt du, wie ich meine? Du siehst es dann einfach irgendwie anders, weil Dinge passieren und Zusammenhänge anders sind, als du es denkst. Und es ist irgendwie blöd, dass ich dir nicht mehr von der Geschichte verraten kann, aber ich nehme dir sonst einfach zu viel vorne weg. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen, ging aber auch mega schnell. Es sind nicht so viele Seiten und es groß geschrieben. Und falls dich Peter Pan interessiert und mal so einen etwas düstereren Blick, düstereren Blick, stimmt doch, oder? Ja, darauf zu kriegen, kann ich dir ans Herz legen. Davon gibt es noch eins über Alice im Wunderland. Das habe ich auch hier, habe ich aber noch nicht gelesen. Hat mir ganz gut gefallen. Also auch hier war es wieder so, dass ich die erste Hälfte des Buchs gar nicht mal so mega krass fand. Aber je mehr die Geschichte fortgeschritten ist, desto spannender fand ich es dann auch. Und am Ende war es wie bei Skari, dass ich so da so was, was, nein, Hilfe. Also war schon echt ganz gut. So und last but not least habe ich mein zweites Colleen Hoover Buch gelesen. Maybe Someday. Ich hatte ja damals, damals, letztes Jahr irgendwann, ein bisschen rumgefragt, welche Bücher man von ihr unbedingt lesen sollte. Und da war Maybe Someday dabei. Und sagen wir es einfach so, ich kann langsam nicht mehr leugnen, dass ich anscheinend doch total die Kitschtante bin. Scheinbar habe ich mich in den letzten Jahren ziemlich verändert, was mein Leseverhalten angeht. Früher hätte ich dieses Buch vermutlich an die Wand geklatscht. Heute habe ich es gelesen und dachte mir, oh mein Gott, ist das schön und oh mein Gott, ist das traurig. Und oh nein, also ich glaube, ich kann weder mir noch dir jetzt noch länger, ja, vormachen, dass ich nicht auf solche Kitschbücher stehe. Ich fand es toll. Kurz zur Geschichte. Es geht um Sydney und Rich. Sydney ist ein Mädchen, was, ja, von ihrem Freund betrogen wird. Sie sitzt immer auf dem Balkon in der Wohnung mit ihrer eigentlich besten Freundin. Naja, jedenfalls wird sie betrogen, sucht da eine Wohnung und ihr Nachbar, Rich, mit dem sie noch nie vorher gesprochen hat, den sie aber immer beim Gitarrespielen gesehen hat, der bietet ihr quasi an, erstmal bei sich zu wohnen. Auch hier ist es wieder so, dass ich dir eigentlich nichts vorwegnehmen will, was nicht auch im Klappentext steht, weil ich finde, dass es den Zauber von dieser Geschichte ausmacht. Und lass dir einfach gesagt sein, dass die beiden wirklich hart daran arbeiten, sich nicht ineinander zu verlieben. Es geht viel um Songtexte schreiben, es geht um Herzschmerz, es geht um Moral, es geht um ein furchtbar trauriges Schicksal. Und es hat irgendwie alles an Emotionen, was du dir vorstellen kannst. Es hat so diesen Suchtfaktor, also fand ich jedenfalls, dass du wirklich denkst, oh, ich muss jetzt irgendwie wissen, wie es weitergeht. Es hat eine schöne Liebesgeschichte, die aber eigentlich trotzdem total tragisch ist. Es hat diesen Schicksalsaspekt, es hat was Trauriges, es hat was Eigenes, schon alleine durch dieses Songschreiben. Und, was ich am krassesten fand, es sieht ja voll dick aus, aber man kann es echt schnell lesen, weil die Seiten relativ dick sind. Die Lieder, die in diesem Buch vorkommen, gibt es auch einfach alle. Die gibt es alle bei Spotify. Und das fand ich echt cool, weil ich immer finde, dass wenn du zu einer Geschichte auch noch Musik hast, dann erwacht sie noch mehr zum Leben. Und ich habe mir, das wusste ich aber erst, als ich es zu Ende gelesen habe, weil es hier hinten irgendwo drin steht, dass es das gibt. Und ich war so, what? Ich habe hier noch Love & Confess und Zurück ins Leben geliebt von ihr stehen und werde die ziemlich bald verschlingen. So viel zwischendurch finde ich es echt ganz nett, weil man den ganzen Tag schreckliche Dinge sieht, gerade wenn man in einer Nachrichtenredaktion arbeitet. Ja, für zwischendurch fand ich es echt mega schön. Vielleicht bin ich ein bisschen verweichlicht inzwischen. Mord und Totschlag ist anscheinend nicht mehr mein Hauptaugenmerk, wenn es ums Lesen geht. Hast du dich auch schon mal verändert mit deinem Leseverhalten? Würde mich interessieren. Ansonsten interessiert mich, wie immer, was du gelesen hast, ob du eines von den Büchern, die ich jetzt vorgestellt habe, schon gelesen hast, was du ja so als Highlight des Januars bezeichnen würdest. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen und würde sagen, bis dahin habt es fein. Ciao!